Die Stadt Kamenz fragt derzeit auf ihrer Internetseite die Bürger, wie hoch die Energiekosten die Kassen künftig belasten sollen. Konkret geht es um die öffentliche Beleuchtung im Stadtgebiet vor dem Hintergrund steigender Energiekosten. Eine Änderung im Rahmen der Haushaltsplanung hätte unmittelbare Auswirkungen für die Bewohner der Stadt Kamenz. Aus diesem Grund stellt die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Stadtrat das Konzept zur Änderung des Beleuchtungsregimes über den Zeitraum vom 11. Juli bis 22. September im Bürgerbeteiligungsportal der Stadt Kamenz ein. Somit ist es öffentlich zugänglich und Bürgerinnen und Bürger können sich umfangreich informieren und zum Thema äußern. Zudem ist am 13. September eine Einwohnerversammlung zum Thema geplant.